Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. August 2014 bezugsfrei. Die neue Erdgeschosswohnung befindet sich in Köln-Junkersdorf. Das Objekt wurde 2012 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 62 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Erdgeschosswohnung auf 770 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. hope, es gibt ein erreichen.